Du bist kreativ und willst mit innovativen Ideen Bern bewegen? Dann nimm auch du am Ideenwettbewerb für Berufseinsteigerinnen im Kanton Bern teil. Melde deine Idee jetzt an, mitmachen lohnt sich, es gibt tolle Preise zu gewinnen. Die besten Ideen werden am Berner Digitaltag vom 10. November 2021 von Stadt und Kanton Bern ausgezeichnet und der Öffentlichkeit präsentiert. Wir freuen uns auf deine inspirierenden Ideen.